So, starten wir. Ich habe eine erweiterte Demo bekommen von Partysense1941, die ich ab heute 15 Uhr zeigen darf. Wir haben 15.30 Uhr, bin ein bisschen später dran, weil ich mit dem Hund im Stadtpark war. Freue mich aber drauf. Die Demo so hat ja schon einen sehr guten Eindruck gehabt. Es gibt natürlich auch in dieser Demo-Version wieder ein paar Fehler, ein paar sind bekannt. Es gibt aber auch ein paar Placeholder für die Texte etc. Hatten aber schon gesehen, es ist an sich ein ganz cooles Spiel, was so ein bisschen in die Schiene geht. Von Stealth-Action kombiniert mit taktischen Kämpfen mit Pause-Modus. Also du bist eine Partisan-Gruppe, 1941 in Russland, wo du am Anfang erstmal aus dem Gefängnis ausbrichst. Und ich fand es halt in der Demo schon. Jetzt gucke ich mal, was die Preview, sie soll länger gehen. Deshalb weiß ich nicht, wie viele Parts oder wie lange das Spiel jetzt gehen wird. Aber auf jeden Fall damals einen Daumen nach oben bekommen. Wir starten einfach mal ein Spiel ein. Wir kennen ja den Anfang noch ein bisschen. Auf normal reicht. Die Gesundheit von Feinden und Partisaten ist sehr niedrig. Jeder Kampf stellt ein Problem dar. Hunde sind sehr gefährlich. Außer sie sind Möpse. Und heute Abend habt ihr vielleicht... In 4 a.m. on June 22nd, 1941, the armed forces of Germany launched a surprise attack against the Soviet Union. The great patriotic war of the Soviet people against the fascist invaders began. In the first several months, the Soviet forces suffered devastating losses, fighting against a battle-hardened and ruthless enemy. The Red Army was forced to retreat. The invaders stormed their way forward, raising Soviet cities to the ground and burning down villages along the way. Minsk, Smolensk, and Novgorod fell. The German Air Force bombed Kiev and Sevastopol. Threat loomed over Moscow and Leningrad. Thousands of Soviet soldiers were surrounded, trapped in salience. One of them was a commanding officer of a rifle company, Captain Zorin. During an attempt to break out of the encirclement, he was taken prisoner and shipped to the nearest Dulac. He was supposed to be transferred from the Prisoner of War camp to an internment camp. Fully aware that this would be a one-way ticket for him and his comrades, Zorin began work on a breakout. But the Germans discovered his plans. Streaming-Gesellschaft Stimmings-Gesellschaft Eux adornes Bye. Bye. I don't know. Bye. Ihr Krieg ist vorbei, und für die Red Army auch die Red Army ist vorbei. Ich würde nicht so sicher sein. Wir werden euch bald zurück nach Berlin gehen. Unsere Sieg ist gewiss. Neither Moskau nor Leningrad kann man mehr als zwei Wochen. Was habt ihr dem deutschen Reich schon entgegenzulassen? Wir Arianen sind geboren, um euch Untermenschen zu regieren. Wir, Arianen, sind geboren, um die Liegen von euch zu regieren. Alle Menschen sind geboren. Aber ihr, Hilles Filth, ihr seid kein Mensch. Was für ein Schwachsinn. Bringt ihn nach draußen zur Exekution. So gut wie Erdelikt, Herr Kommandant. Es ist eigentlich ganz geil. Auch wenn man denkt erst zuerst, das sind Fehler, die durcheinander sprechen. Es wird halt wirklich Deutsch gesprochen. Die Wachen sprechen wirklich Deutsch in allen Versionen. Und es wird per Dolmetscher von den Deutschen übersetzt. Und das finde ich unglaublich gut. Dass die Deutschen halt wirklich Deutsch sprechen, ne? Er spricht, er spricht nachher auch ein bisschen Polnisch oder Russisch. Ich wünsche, dass ich sie mit ihnen wäre. Jetzt werde ich auf meinem eigenen Weg weggehen. Ich kann nicht sogar einen Riefer behalten. Meine Hände sind dicht. Ich versuche, die Fenster zu schlafen, während die Regierungen schauen. Feuer, Männer! Feuer! Herr Schulze! Herr Schulze! Drücke die lauenke Maustaste, um einen Partisan zu bewegen oder Aktionen auszuführen. Mit WSD kannst du die Kamera bewegen, wenn es gerade funktionieren würde. Das hat glaube ich damit zu tun, da ich vorhin die Spielsteuerung umgestellt habe. Alle Männer, viel Lügen! Ah! Wahrscheinlich muss ich das Spiel einmal neu starten. Verdammt! Wie gesagt, es ist eine Preble-Version, die Fehler beinhalten kann. Oder man macht Spielersteuerung. Dann helfen wir uns jetzt dadurch. Kann man nach Partisanen drehen, zu wenig Schusswaffe wechseln. Steuerung, Bewegung, Kamera per Maus. Okay. Ah, verdammte Hacke. Vorführeffekt. So, Fehler gefunden. Aufnahme neu gestartet. So, dein Charakter fängt an zu schleichen, wenn du dich einem Feind näherst. Da sehen wir übrigens Sichtkegel von Feinden. Ist ja der Klassiker, Desperados, Kommandos etc. Arbeiten ja alle mit Sichtkegeln. Die einfach mit rechter Maustaste direkt angezeigt werden. Da sehen wir auch direkt, jeder Feind hat einen Sichtkegel. Mit rechter Maustaste kannst du diesen anzeigen. Ich bin jetzt ein bisschen schneller, weil ich die Demo ja damals gespielt habe. Es ist zwar schon wieder ein paar Tage her. Und das haben die auch ein bisschen verändert, weil in der Demo hat er noch, glaube ich, sich permanent immer gedreht. Jetzt ist es aber schon wirklich so, dass der, sag ich mal, oberkörpermäßig vom Augen. Rennen ist halt auch laut. Dadurch sehen wir jetzt hier mit dem Ausrufezeichen, dass der uns wahrnimmt. Mit der 5 schnell speichern, was man ganz häufig machen sollte. Ründen mit Doppelklick. Die andere Wache ist da gerade weggelaufen. Und die Umgebung benutzen. Wie zum Beispiel mit Eid können wir die Objektmarkierung hervorheben. Und können zum Beispiel hier in dem Ding verstecken. Kann übrigens sein, dass wir gerade, obwohl 4K angegeben ist, nicht in 4K spielen. Und dass ein paar Interfaces halt falsch sind. Das hat damit zu tun, dass das halt wirklich noch eine Preview-Version ist. Und die Menüs eigentlich auf 1080p ausgelegt sind. Und auf 4K kann es zu Abschneidungen kommen von den Menüs. Teilt euch auf. Durchsucht das Dorf und den Wald. Findet und erschießt die Flüchtigen. Es darf niemanden kommen. Zu Befehl. Soldaten, mitkommen. Und ich mag übrigens, dass das Spiel geht eigentlich konträr zu diesen ganzen Darstellungen von anderen Spielen inzwischen. Andere Spiele machen immer, sag ich mal, bunt und ganz viel Farbe und so weiter. Und ich finde das richtig gut, dass die hier so ein bisschen in dieses triste Farblose gegangen sind. Was halt so ein bisschen auch stimmungsmäßig das Ganze gut untermalt. Es ist halt nicht übertrieben. So, Ausrüstung, da kommen wir gleich zu. Wir haben nämlich jeder Held, den wir dabei haben. Später haben wir auch mehrere und können unser Team zusammenstellen. Hat nämlich wirklich ein Inventar. Und im Moment haben wir nur ein Messer und ein bisschen Brot. Damit können wir halt HP regenerieren. So, lautloses Töten. Durch lautloses Töten kannst du dein Ziel schnell ausscheiden. Allerdings wird dein Opfer noch kurz Widerstand leisten und Geräusche machen. Und du kannst Leichen von Feinden in der Umgebung verstecken. Nein, ich selbst bin kein deutscher Soldat. Ich glaube, ich bin... Also ich glaube, er ist Russe oder Pole. Da ist ein Schrank da. Dann könnte ich mich auch verstecken. Ich kann auch eine Leiche im Schrank verstecken. Aber es ist halt... Das Schöne hier ist auch, dass es nicht so getaktet wie Desperados. Desperados ist wirklich... Das Schach der Stealth-Shooter. Und hier ist halt noch so ein bisschen... Du hast halt auch offene Schlachten. Das kommt später noch. Die halt taktisch sind mit Flankieren und Granateneinsätzen und solche Geschichten. So, dass nochmal Leichen verstecken. Und dass man sich, sag ich mal, im hohen Gras verstecken kann. Es gibt übrigens Unterschiede. Es gibt deutsche Soldaten und Sympathisanten mit den Deutschen. die halt die unterstützen als... Ja, Wachen. Geräusche in Gebüsche werden gemacht. Die Gegner in der Nähe argwöhnisch machen. Ja, dadurch, dass ich Audio umgestellt habe... Und die Sprache... Dass deshalb die Herrschaften hier teilweise jetzt keinen Dialog führen. Weil, wie gesagt, es ist immer noch eine Preview-Version. Es ist ein russischer Offizier, der ins KZ gebracht wurde. So, Fertigkeitsbaum. Der Charakter hat neue Stufe erreicht. Du kannst Fertigkeiten lernen. Das kommt noch dazu. Das passiert... Also, das passt sich der Spielweiser noch ein bisschen. Obwohl die natürlich alle eine gewisse... Richtung haben, ne? Handfeuerwaffen besser werden. Unterschiedliche Waffentypen besser werden. Mit einer höheren Trefferchance. Messer werfen erlernen. Nicht jedes KZ ist ein Käfig voller Helden. Feindgruppen. Feinde, die allein unterwegs sind, lassen sich leicht neutralisieren und ablenken. Es ist deutlich schwerer, wenn du in einer Gruppe von Gegnern zu tun hast. Versuche, unbemerkt zu bleiben. Das Spiel soll Sommer eigentlich erscheinen. Also, es ist jetzt in den Endzügen des... Ja, der Entwicklung. Wir müssen warten, dass der... Ah, ich muss das Messer noch aus dem rausziehen. Damit. Guck dir den Titel des Spiels an und überdenke deine Frage nochmal. Und es ist keine Rundenstrategie. Wohin ich bestimmt zu spät. Ich bin im Chat. Ich bin im Chat. Nein, ihr solltet nicht denken, dass es wirklich Desperados-like ist. Das wirst du später einfach merken. Es geht halt auch ein bisschen um Action-like Spielen. Das macht den Unterschied aus. Desperados ist ja auch nur ein Kommandos-Klon. Das ist eher ein Steals-Action-Strategie-Spiel aus der ISO-Perspektive. Wo du Stealth-Technik unterwegs sein, aber auch, sag ich mal, im Gefecht das schaffen kannst. Jetzt gerade sind wir natürlich nur im Stealth. Kannst ein paar Steine aufsammeln. Weil ich glaube, in der Demo haben die sich noch unterhalten. Können die auf eine Funktionstaste legen. Und können die dann mit dem Stein ablenken. Ah, da war auch die Sprache. Du hast gesagt, es gibt ein Runden-Taktik-Spiel mit Partisanen in Warschau. Das hast du auch schon mal gespielt. Das hier ist das Partisanen-Spiel, was ich zuletzt gespielt habe. Ich glaube, normalerweise haben die ganzen wachen Bücher in der Demo gesprochen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie gerade nicht sprechen. Hm. Ich werde ihn mitnehmen. Captain. Du bist hier. Ich... Ich dachte, die Faschisten hat mit dir. Ich bin gut. Aber es sieht aus, wie du ein Böden genommen hast. Wir finden ein safees Ort und schützen deine Wälde. Pops hat eine Dugout in der Wälde. Die Deutschen werden uns nicht dort finden. Wie weit weg ist es? Wir werden ihn nicht mitnehmen durch die Wälde und die Wälde. Ich habe das nicht gedacht. Wir können ihn nach Mikailevo. Und für alle, die jetzt gekommen sind, es ist immer noch Entwicklung. Es ist eine Building, also es ist eine Build-Preview, die immer noch Bugs haben wird. Und ich habe auch eine Liste bekommen mit lauter Bugs, die passieren können und wie man sie löst. Ich habe es vorher noch gelesen. Es sind irgendwie 35 Bugs, die auftreten können, wodurch das Spiel nicht weitergeht. Die bekannt sind und die noch behoben werden. Minen und Stolperdrähte ist er noch besser? Die Medizin hat noch nicht geholfen, aber er wird okay. Du hast keine Ahnung, wie schwer er ist. Er ist ein Lesgaffes. Er ist ein Lesgaffes. Er ist ein Athletiker. Er ist ein Studium von der Universität und Sport in Leningrad. Er ist ein Studium von der Universität und Sport in Leningrad. Wir spenden die Nacht hier und bleiben in der Morgen. Sanec mentioned a dugout in the forest. Es muss sein Trophims. Er ist ein Hunter? Ja, ich... Die Polizei. Du und der Sergeant bleiben. Ich gehe und sage Hi. Hör auf. Es ist ein Stasch unter dem Boden. Die Medizin und die Schuhe. Du wirst einen großen Konspirator machen. Warte hier. Aha. Radar 172. Man kann nämlich gewisse Verletzungen bekommen und dadurch kann es diese Verwundung aufheben. Kennen wir zur Zeit auch ganz viel aus Wasteland. Dasselbe gibt es halt hier auch. Gehe in Deckung. In Deckung bist du deutlich schwerer zu treffen. Haben wir so Deckungsfelder. Da sehen wir prozentual, wie gut wir treffen können. Charge! Das ist fertig. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Was ist das Geräusch? Wo ist der Kommander? Was ist das Geräusch? Das Geräusch? Das Geräusch? Das Geräusch? Ich werde zuerst geräusch. Gehe. Ich sehe dich, wenn Dinge zetteln. Danke viel, Onkel Vassia. Voll gut übrigens, dass der Onkel, der irgendwie Walisar, Walisarovski eben nicht mitkommt. Er wäre einfach der Zungenbrecher Kandidat. Hm? So, der Junge kann sich nämlich speziell tarnen und du kannst eine lange Salbe machen. Bemühe ich dir das Überklettern über Zäune. Erste Hilfe macht weniger Geräusche beim Bewegen. Wurfreichheit für Granaten erhöhen. Beuteverteilung, du hast in deinem Inventar nur begrenzt Platz, um Platz zu machen. Wähle einen Gegenstand aus mit der Maus und gib sie jemand andern. War jetzt gerade nicht so wichtig. Truppsteuerung. Um alle Partisanen auszuwählen, F1 1, 1 bis 3, die Einzelnen. Also, ich würde sagen, sogar typisch. Wie sind die Polizai, Sannik? Sie sprechen Russisch. Und sie sehen ziemlich local. Ich kann nicht glauben dass unsere Leute die Anweserung könnten die Anweserung nicht mehr unsere Leute. Tragen. Das ist was die Polizai, die Anweserung. Serben die Kommandant für Geld. Aber ich finde irgendwie, es läuft schon besser als die Demo-Version, die wir damals gespielt haben. Da habe ich irgendwie noch so ein paar Performance-Probleme in Erinnerung. Unterschiedliche Waffen sind auf unterschiedlichen Entfernungen wirksam. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, musst du unter Umstellen näher an den Feind heran und in Deckung gehen, um im Kampf möglichst nicht selbst getroffen zu werden. Du kannst die Leichen von Feinden nach Ausrüstung durchsuchen. Blende mal ein. Maximal Entfernung 20. Ich bin jetzt nicht sicher, wer die Weile... Ich glaube, er hat sowas wie eine Schrot... Ja, Schrotflinte. Maximal Wert Entfernung 12. Der kleine Jünger mit der fetten Schrotflinte. Alle tot. Ich kann es auch mit Tab die durchschalten. Ich weiß auch nicht, ob man das so mitkriegt, aber ich finde halt wirklich... die Stimmung des Spiels ist eine der Stärken. Das ist ein Overlayer-Problem, aber wir können auch so die Sachen rübergeben. Ja, das ist das Problem mit der 4K. Übrigens, das ist Zeitlupen-Modus, um noch schnell ein paar Befehle durchzugeben und ein bisschen zu planen. Was nächstes? Äh, hi Tim. Ist grad schlecht. Also ich kann dir gerade nicht den Stream zeigen. Normalerweise kannst du auf die Übersicht vom Channel gehen. Die letzten Streams, denn es steht halt dran, ob es Crusader King 3 war. Vom Spiel her. Mit dem Stream. Vielleicht kann einer aus dem Chat dir gerade ganz gut helfen dabei. Taktik-Modus. Wird die Zeit verlangsamt, du kannst die Aktion deiner Charaktere koordinieren, um den Taktik-Modus zu aktivieren oder deaktivieren, drücke Leertaste. Weitere Informationen zur Treffer-Chance deiner Waffe siehst du, wenn du den Mauszeiger über dein Ziel hältst. Das ist übrigens normalerweise so ein Zeichen, außer du stellst es halt an, dass du Prozente sehen willst, damit dich darüber ärgerst, dass der nicht trifft bei 99%. Basis-Ressourcen. Bei Missionen kannst du graue Gegenstände finden. Nach dem Ende der Mission verwenden sie sich in Ressourcen. Du kannst sie in deiner Partisan-Basis verwenden. Ja. Wie zum Beispiel auch die Nahrung. Ach, ist zwar doch, die Nahrung war für die Partisan-Basis. Wir müssen die irgendwie so ein bisschen ernähren. Hier war neulich ein Junge, der nach Brot gebettet hat. Das ist eine Spezialfähigkeit. Hatte ich eigentlich ne Granate gefunden? Ne. Wow, das ging richtig gut. Du hast eine Aufgabe für mich. Wie lange müssen wir hier sitzen? Jorde Power nach Divert verlangt. Helfe mal bitte den netten Herren im Chat gerade. Ich kann jetzt gerade beim Preview-Stream nicht mich darum großartig so kümmern. Dankeschön. Aktele Squad-Moral. Das war, glaube ich, in der Demo auch noch nicht drin. Charakter hat eine sehr hohe moralhöhte Treffer-Chance. Charakter kann länger sprinten. Fähigkeitsabkling Zeit verringert. Wir haben Arbeit zu tun. Höhere Treffer-Chance mit Pistolen. Ich glaube, da ist direkt der Loot aller Leichen in der Umgebung. Außer sie liegen halt weit auseinander. Weil vorhin bei der Straßensperre, wo wir die drei umgebracht haben, habe ich ja nur einen berührt. Und die haben ja vorhin allen den Kram mitgenommen. Defekte Waffen lassen sich auseinandernehmen. Hm. Lass die Leiche mal liegen. I'm listening. Angriff aus dem Hinterhalt. Vernichte feindliche Patrouillen durch Hinterhalte. Nutze Deckung, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Vor dir liegt nur eine günstige Stelle. Kampfeinsatz 1. Du kannst den Verheizungsmodus im Kampf ändern. Ist der Verteidigungsmodus aktiv, schießen Partisanen erst auf Befehl. Im Verteidigungsmodus haben Partisanen bessere Chancen, nicht getroffen zu werden. Du kannst diesen Modus durch Drücken von T aktivieren. Geht's noch nicht. Ist noch ausgegraut. Das mit T hier, um den Modus zu verändern. Aha. I'd love to have a machine gun company here instead. Quiet. Zum Schießerei mit dem Messer kommen. Und es klappt sogar. Hm? Ah, das läuft so butterweich, ey. Gut ab. Wenn ich bei Wasteland dran denke, wenn ich die Einblendung mache. Das Stehen von Einheimischen senkt die Moral der Truppe. Das ist ja doof. Sie darf nur von Nazis stehlen. Ach, und das gehört nicht den Einheimischen. Nazis und Hilfspolizei. Das sind die Bösen. Du hast eine Aufgabe für mich. Granaten verursachen Flächenschaden. Ermöglichen es dir, ganze Gruppen von Feinden auf einmal zu neutralisieren. Lockt ja vielleicht auch einen Gegner an. Die Myfall. ist sogar gar nichts passiert. Äh, aus irgendwelchen Gründen haben die einfach angegriffen. Ach so, weil der passive Modus nicht deaktiviert war. Mein Fehler. Also geht das doch mit dem T. Planen wir mal das letzte zurück. Ich weiß jetzt gerade nicht, der hat einen Hotkey, F9, glaube ich. Aber ich wollte es jetzt nicht ausprobieren. Nein! Das kann ja nicht sein, ist das der Moment. Ja, hier muss das sein. So, jetzt ist der passive Modus an. Die greifen nur an, wenn ich das will. Ach, die wurden gesehen im... im Haus, ganz kurz. Danke, Lagoneas, für den Sub 12 Monate. Vielen Dank. Calm down. Uh-huh. Das war nicht der Plan. Follow me. Das war nicht der Bistad. Los geht's von der Bistad. Los geht's. Das ist der Bistad. Ich werde aus dem Bistad. Ich werde aus dem Bistad. So, flankiert und erledigt. Ich werde euch hier gar nicht in Passiv schalten müssen vorhin. Ja, Comrade Commander. Calm down. Ich will es gut sein. Calm down. Neat. Ja. Wenn du eine Flasche auf den Boden legst, kommt der Feind, um sich den Inhalt anzusehen. Guck mal, eine Flasche wie du. Boah. Das Einer in den markierten Bereich gehen, um den Ort zu verlassen. Doch. Aufpassen. Aufpassen. Da ist der Feind. Benutzte Granate. Achtung, Granate. Der Officer ist gestorben. Fotografie erhalten. Also ich glaube, er sollte die Medizin-Packs nehmen, weil er sowas wie ein Heiler ist. Auf jeden Fall hat er Fertigkeiten, die in Richtung Heilung gehen. Er hat ein paar Sachen, die irgendwie in Richtung Granate gehen. Das sind Unterschiede, Munitionstypen. 9mm-Pistole und das ist 7,62mm. Das, was ich gerade habe. Mission verlassen. Ja. Ich habe 6 Feinde übersehen. Ja. 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 Ja.